Hallo und herzlich willkommen zum Spiele-Podcast von Schmidtspiele. Heute stellen wir euch das Spiel Tell Me More vor. Tell Me More ist, wie der Name es schon vielleicht erahnen lässt, ein Geschichtenerzählspiel, wo ihr versucht, unterschiedliche Situationen auf den Karten möglichst kreativ und mit immer wieder neuen Details auszuschmücken. Denn am Ende versucht ihr als Team die Fragen auf der Rückseite der jeweiligen Situationskarte, die ihr vorher noch nicht kanntet, mit möglichst vielen Übereinstimmungen zu beantworten. Das Besondere bei Tell Me More ist dabei, dass ihr es nahezu überall spielen könnt. Zu Beginn bestimmt ihr einen Storymaster, der nun eine der Situationskarten zieht oder einfach mit Situationskarte Nummer 1 anfängt. Dieser liest dann die gesamte Vorderseite der Karte vor, inklusive Überschrift, Situationstext und auch die Schlüsselwörter. In unserem Beispiel die Insel. Wir sind zufällig auf einer einsamen Insel gestrandet und haben es geschafft, dort trotz aller Gefahren zu überleben. Nach einer Woche kommt endlich ein Schiff. Schiffbruch, Verdorben, Gefahren und Erfindungen sind die Schlüsselwörter. Dabei solltet ihr immer darauf achten, dass man die Rückseite der Karten nicht sieht, da sich hier dann die Fragen befinden, die ihr gleich gemeinsam beantworten müsst. Sobald die Situation vorgelesen wurde, startet der Storymaster einen Timer von zwei Minuten, zum Beispiel mit einem Handy. Und dann erzählt ihr euch gegenseitig, wie die Geschichte aussehen könnte. Lasst dabei eure Fantasie und Kreativität freien Lauf, denn ihr solltet wirklich so viele Details wie möglich nutzen, um die Geschichte auszuschmücken. Insbesondere solltet ihr natürlich die vorgegebenen Schlüsselwörter nutzen. So könnte es jetzt zum Beispiel so aussehen, dass wir sagen, ja, wir waren doch mit dem Schiff unterwegs. Wie hieß das denn noch? Dann sagt ein anderer Spieler, das hieß doch Regenbogen. Nein, 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 das hieß irgendwie anders. Rentier. Ah ja, das Rentier. Und dann sind wir gegen einen Wal gefahren und hatten dann auf einmal ein Leck und mussten dann von Bord springen und sind irgendwo auf einer Insel angespült worden. Dort haben wir vor lauter Hunger nach Wochen vergammelte Früchte gegessen und die waren aber schon so verdorben, dass wir eine Lebensmittelvergiftung davon getragen haben und so weiter und so weiter. Und sobald der Timer dann abgelaufen ist, nimmt der Storymaster die Karte und liest jetzt die erste Frage auf der Rückseite der Karte vor. Wir wollen euch jetzt natürlich nicht die Geschichte spoilern, weswegen wir uns einfach mal eine Frage ausdenken, zum Beispiel, was war Ursache für den Schiffbruch? Nachdem die Frage vorgelesen wurde, antworten die Spieler aber nicht sofort, sondern überlegen kurz. Und wenn der Storymaster dann von drei abwärts zählt, drei, zwei, eins, rufen alle Spieler zugleich ihre Antwort. Hier darf also auch keine Verständigung und Abstimmung mehr stattfinden. Und die Antwort, die am häufigsten genannt wurde, die kann jetzt Punkte bringen. Nämlich ein Punkt pro Person, die diese Antwort genannt hat. Auf diese Weise werden alle fünf Fragen einer Rückseite durchgegangen und dabei sollte man einzig darauf achten, dass ein Spieler nicht zweimal dieselbe Antwort auf unterschiedliche Fragen gibt. Und wenn alle Fragen geklärt wurden, dann wird der nächste Spieler im Uhrzeigersinn zum neuen Storymaster, zieht eine neue der vielen Storykappen und beginnt die nächste Runde. So spielt ihr eine bestimmte Anzahl von Runden, zum Beispiel drei oder fünf Runden und addiert dann am Ende alle Punkte zusammen, die ihr gesammelt habt. Und diese Punktzahl versucht ihr beim nächsten Mal einfach zu schlagen. Aber eigentlich geht es dabei wirklich eher um die spaßigen Geschichten, die ihr euch gemeinsam ausdenkt. Tell Me More ist ein kreatives Erzählspiel für drei bis acht Spiele ab zehn Jahren mit einer kurzweiligen Spielzeit von ca. 15 Minuten pro Partie. Und es kann quasi überall mit hingenommen werden und fast überall gespielt werden. Egal ob im Auto oder in der Warteschlange oder eben am Tisch. Viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal. Euer Björn. Bis zum nächsten Mal.